Wenn wir uns wieder auswählen, dann ist er nach Deutschland gewesen und nach Mainz. Der neue Zeitpunkt muss uns richtig bei mir verabschieden und richtig bei dem ganzen Tag. Und das wollen wir uns wirklich jetzt tun, weil es sich angetreten ist, der jetzt auch präsentiert ist. Und wir passen uns an den früchten Amnistrischen von Thomas Weiß. Und wir sagen Dankeschön für viele schöne Momente an Julian Neubauflieger. Ja, der Punkt jetzt hat er eine gute Idee, eine gute Chance für dich, die du hier zu halten. Danke, danke für alles, Julian Bargatti. Kommt mal an einen Applaus für ihn und alles Gute für diese Station, der sie einstellt, für die nächste, die über die nächste und dafür alles Gute für...